Audio Post. Geklickt. Gehört. Wenn wir auf der Suche nach einer Seite im Internet sind, dann kennen wir ja oft nicht den kompletten Domain-Namen, also den kompletten Namen der Internetseite. Deswegen geben wir dann nur ein paar Stichworte in die Suchmaschine ein und kommen zu unserer gewünschten Homepage. Das funktioniert über das Domain-Name-System, kurz DNS. Domain-Namen? Was sind das eigentlich genau? Immer wenn wir im Browser eine Adresse eingeben, kommt DNS zum Einsatz. So wird zum Beispiel www.homepage.de in eine IP-Adresse umgewandelt. Dazu wird zuerst bei den Root-Servern nachgefragt, wer zuständig ist für DE. Mit dieser Antwort wird dann bei der DNIC nachgefragt, wer denn nun für Homepage DE zuständig ist. Im dritten Schritt wird nun dieser Server abgefragt und wir bekommen die IP-Adresse zurück. Dank Andreas Wiesler ist nun auch diese Frage endlich geklärt. Er ist Computerspezialist und berät als Inhaber der Firma GoSecurity, Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Das DNS gibt es schon seit den 80ern und wurde seitdem nicht verändert. Deshalb ist es vor allem ein Problem in puncto Sicherheit, erklärt der Computerexperte. Bei DNS wird das UDP-Protokoll verwendet. Bei diesem wird keine Bestätigung zurückgeben. Es ist in etwa so, wie wenn ich in den Wald rufe und auf eine Antwort warte. Und dieses in den Wald rufen ist ein gefundenes Fressen für Cyberkriminelle. Ein Hacker könnte nun schneller antworten und da mein Computer dies nicht überprüfen kann, glaubt er das und ich werde auf eine falsche Homepage geleitet. Eine Behebung der fehlenden Sicherheit ist nicht gerade einfach, so der erfahrene IT-Sicherheitsexperte. Die Forscher sind zwar dran, eine Lösung zu suchen, aber das wird noch einen Moment dauern. Aber für verschiedene Browser gibt es Plugins. Mit diesen werden gleich mehrere DNS-Server abgefragt und wenn es Abweichungen gibt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Um noch geschützter im Netz unterwegs zu sein, rät der Experte für Computersicherheit, verschlüsselte Seiten zu verwenden. Erkennbar am HTTPS. Der Aufwand, um ein gefälschtes Zertifikat zu kommen, ist enorm hoch. Kaum ein Hacker wird diesen Aufwand auf sich nehmen und so ein Zertifikat fälschen. Aber wenn das Domain-Name-System bereits seit fast 40 Jahren existiert, müsste es doch auch sichere Alternativen geben, oder nicht? Fehlanzeige. Da gibt es Nachholbedarf, sagt Computerexperte Andreas Wiesler. Es sind bereits erste Entwürfe da, wie zum Beispiel DNS über verschlüsselte Verbindungen anzubieten. Doch bis zum Durchbruch dauert es noch eine Weile. DNS ist enorm stark verbreitet und dies bedingt weltweite Anpassungen. Es ist aber zu hoffen, dass sich alle auf einen neuen Standard einigen können. Audiopost. Geklickt. Gehört's.